Diesmal wähle ich für die ohne Stimme. Dieses Mal ist es für mich wichtig wählen zu gehen, weil wählen ein Grundrecht ist, von dem jeder und jeder Gebrauch machen sollte. Frauen haben sehr, sehr lange für das Recht wählen zu dürfen gekämpft und deswegen ist es für mich umso wichtiger von diesem Recht Gebrauch zu machen. Europa ist für mich bunt, vielfältig und irrsinnig spannend. Als Zivilgesellschaft können wir vor allem eines zeigen, die Initiative ist wichtiger denn je. Durch kleine aber auch größere Handlungen können wir nicht nur uns und unser Zusammenleben sondern auch die Politik beeinflussen. Musik 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 Musik